Hallo ihr kleinen Spione. Wir sind zurück bei Velvet Assassin. Wir leben noch. Wir haben einen neuen Spielstand, einen Speicherstand erreicht und wir müssen jetzt raus. Oh Gott, guck mal da hinten Heimat irgendwo. Vielleicht. Na dann Frischluft schnappen ist ja eh was für dich. Oh Gott, ne? Oh du Heilige. Oh du Heilige. Das sind schon zwei. Drei. Zwei. Drei. Oh Gott, guck mal hier ne. Das ganze. Oh. Die gehen gerade. Kommt los jetzt. Unst die Chance. Wohin? Dahinter. Oh. Der Telemonitor. Guck mal. Ja los komm. Wenn dann jetzt. Oh Gott. Ihr seht uns nicht. Ihr seht uns nicht. Wir sind viel zu weit weg. Und stay. Ja man sieht nichts. Schön. Weißt du den Trick? Mit Wasser geht es. Mit Wasser? Du willst mich verarschen. Im Lagerbereich standen die Brennen oben ständig voll Grundwasser. Da kommt er. Alles gut. Ich bin im Schatten. Weil da kannst du dann auch. Der ist auch Schatten. Aber erst wenn Karl Heinz weg ist jetzt. Ja. Restlos. Dabei nur wenn man das richtig nicht macht. Danzig Strupp rein. Danzig Strupp rein am besten. Genau. So ist schön. Und umdrehen und gucken. Hier filmen wir ja nicht irgendwo. Ich gucke aber irgendwo ein Loch ist in der Mauer. Achso. Aber es wäre zu einfach. Da läuft einer. Ich muss eigentlich hier rum. Ja ja. Also ich würde hier gehen. Bis hier ist noch Schatten. Aber warte bis der... Oh ne. Oder doch. Oder was? Mal gucken wie die jetzt gehen. Äh. Ist ja ungünstig. Nee. Du kommst nicht hierher Freund. Kann ich hier rüber sprechen? Äh. 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 Jetzt bin ich da weg. Kannst du dir den hier einfach schnappen? Wenn du dahinter wieder gehst. Oder? Wo ist denn jetzt er hier? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich bin... Das müsste aber klappen. Ja. Rein theoretisch wenn der jetzt hier auch geht. Dann schnell hier rüber. Und dann da hinten weg. Was? Zack. Los, los. Hier rüber. Wenn es geht hier rüber. Über den Zaun. Das geht nicht. Versuch. Nein. Doch geht. Es geht. Es geht. Lauf. Mist. Dann gleich das durchziehen. Wenn die noch reden. Nee. Ja. Achso. Ja. Ja klar. Das müsste gehen. Gleich durchziehen. Oder? Ja. Ist ein Versuch. Oh Gott. Was hat er denn für ein Problem? Ja. Naja. Jetzt hat er es. Er ist ja fest gebuckt. Kann ich schon? Das müsste ich doch schon können. So. Abwarten bis Karl Heinz weg ist. Nee. Geht noch. Jetzt rechts. Dann gucken wo Karl Heinz ist. Genau. Er ist jetzt da. Ja. Jetzt. Nein. Meinst du? Jetzt geht er ja gleich wieder zurück. Hinter die Statue. Hinter die Statue. Hinter die Statue. Ich weiß es aber auch nicht. Aber so wäre es gegangen. Du bist zu spät losgegangen. Ja. Bin ich. Dann muss ich dann auch schneller sein. Wenn er da steht. Und dahin gelaufen ist und da steht und guckt. Dann musst du sofort los. Was? Das ist zwar noch lange nicht die Garantie dafür, dass es dann funktioniert. Aber ich wollte gerade sagen. Wo soll ich denn dahin? Hinter die Statue? Da sehen die mich doch auch. Nein. Statue ist Schutz. Was? Waschen die schon? Achso. Oh Gott. Jetzt alt drücken und sich umsehen könnte. Ja. Jetzt ist er noch da. Aber wegen des Sauerstoffs im Wasser brannte das Feuer viel stärker. Das hätte ich nicht gedacht. Ob ich jetzt schon kann, dann ein Pfarrer hier sehen will? Wir sehen dich. Das sind die zwei Quatschetanten, die das sehen. Scheiße. Wir müssen umbringen. Das war's dann wohl. Geht nicht ohne Töten. Doch geht bestimmt. Es geht alles ohne Töten. Hat mal irgendjemand gesagt. Oder stand irgendwo. Aber gut, dann bringen wir aber erst die Quatschetanten um. Ich könnte auch hier rum und jetzt einen von hinten anledigen. Na gut, die unterhalten sich ja dann. Dann bekommt ihr das ja mit, wenn ich den umnehme. Erst den anderen, der hier zurückkommt. Zuerst den Patrouillentypen. Ne. Den, der direkt an uns vorbeigekommen ist. Achso, du meinst bis dahin warten. Ja. Dann so. Aber dann warte hier. Wohin mit dem Bleck? Weißt du den Trick? Mit Wasser geht es. Ne, eigentlich doch da hinten, ne? Da. Weil der doch dann hier in den Schatten geht. Na, ich würde aus dem Schatten kommen. Nicht von da. Da bist du ja dann im Licht. Ich würde hier bleiben. Ja, aber hier. Achso. Und dann ihm aber folgen, wenn er da rüber geht. Der bleibt nicht stehen. Der bleibt nicht stehen. Wir beobachten das jetzt mal. Ja. Aber erstmal quatschen die ja jetzt noch. Oh Gott. Und hier hin und da rüber geht auch nicht, wa? Ne, da bist du ja noch näher an dem dran. Ja, an dem da. Aber der eine kommt ja dann hier lang. Der geht ja auch ab und zu. Dahinten ist aber auch noch einer. Na ja. Wir müssen ein paar umlegen. So, Obacht. Geht los. Komm nur her. Bei den da hinten. Oh Gott. Mach dich mal bereit. Der geht nämlich gleich weg. Ja, ich bin bereit. Und nun? Vielleicht geht er los. Und los. Scheiße. Nein, zerrifft er ab. Dreh ab, dreh ab, dreh ab, dreh ab, dreh ab. Nein! Scheiße! Freitod. Hallo. War das zu spät? Wo muss ich denn stehen? Wo ist es denn günstiger? Vielleicht doch hinter dem... Doch hinter dem Stein, ne? Weil der mich da nicht sieht, oder? Geh weg. Ich bleib mal hinter dem Stein. Das ist ja auch ein Schatten da. Hinter dem Stein ist ja auch Schatten. Ja ja. Oh ja! Von hier? Ist aber so weit weg. Das ist zu weit weg. Na, der steht aber mit dem Rücken zu dir. Achso, du meinst dann schon. Aber dann sieht man mich doch der Fuzzi, der da noch ist, oder? Ein paar abraten, probieren. Ein paar abraten, probieren. Ein paar abraten, probieren. Ein paar abraten, probieren. Ständig voll Grundwasser. Das kriegst du nicht weg. Aber wegen des Sauerstoffs im Wasser brannte das Feuer viel stärker. Das hätte ich nicht gemacht, das ja kaum auszuhalten. Die Knochen und Zähne werden auch zum Verlangen. Ja, restenlos. Aber nur wenn man das richtig macht. Das ist eben eine Kunst. Wir können drauf pfeifen. Nee, dann kommt der ja. Ein bisschen tump ist aber auch, ne? Keine Sorge, wenn sie hier auftaucht, mache ich kurz einen Prozess. Oh ja, wenn wir mal nicht kurz einen Prozess machen, mein Freund. Der muss erst weg. Ja, aber der muss erst weg. Ja, der dreht sich doch gleich um. Los, 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 los! Oh Gott. Ach, das ist wohl das. Naja, weil das zu weit weg ist. Wie soll denn das nur gehen? Und doch dann da in den Schatten? Nee. Jetzt kriege ich ihn ja wohl auch nicht so rum. Aber wenn der hier rumkommt, kommt ja der auch immer mit, oder? Aber wo stellt sich der denn jetzt hin? Ja, jetzt würdest du ihn kriegen. Ist ne Sache von Sekunden, aber da kriegst du ihn. Geh mal hier nur ein Stück weit da rum. Ja, gleich, gleich. Noch einen Schritt vor. Genau. Entweder sind wir jetzt zu nah dran und er sieht uns gleich, oder aber es klappt. Der sieht uns nicht. Oh Gott. Ich kann nicht eben sehen. Ahhhh. Nein, 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 nein! Wir sind dann euch und wir ... Warum hängt er denn die jetzt? Ja, toll! So, nach diesem verkackten Cheater, der uns gerade die Tour hier vermasselt hat, ist auch noch die Kamera ausgegangen, weil der Akku wieder mal leer war. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt bleibt bitte nicht wieder hängen, du Pissnelke. Aber auch wirklich. Boah, der hängt schon wieder. Pass auf, er glitscht gleich. Ich weiß, aber dann kann ich ja auch nichts machen. Doch, er steht ja dann noch kurz beim Rücken. Jetzt, 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 jetzt! Nein, doch! Nein! Was machst du denn? Was sagst du mit dem? Du musst eine Sekunde früher, dann hätte es funktioniert. Nein, doch, natürlich. Er darf nicht glitschen, das ist alles. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt ein Problem. Das wird dann die mich ständig tun. Nee, das hat er ja vorhin auch nicht gemacht. Hat er ja vorhin auch nicht. Würdest du dich docken? Kann man nicht hier irgendwie rumgehen? Ja, klar, wenn man lebensmüde ist, ja. Die gehen doch jetzt quatschen. Wo müssen die jetzt auf der Seite? Warte, warte, warte! Ja, die sehen die. Genau, die sehen mich. Sehr gut. Da ins Gebüsch, kannst du noch weitergehen? Ja, die Frage ist, ob es sich lohnt. Und da noch weiter? Weiter, weiter, weiter. Jetzt sind wir schon mal weiter ins Drüben. Hinter der Mauer ist auch noch Schatten, wenn du noch einen Schritt machst. Ja, hier ist ja auch Schatten. So, da kommt jetzt einer. Ja, hier ist ja auch gestritten. Oder da? Wenn der hier weggeht, entweder dahin oder dahin. Genau. Oder gleich da drüben. Ja, Sekunde, Sekunde. Ich glaube, hier kannst du warten. Ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie der andere da läuft, ne? Oh Gott. Wo geht es denn dann? Wo geht es überhaupt weiter? Wo ist er hin? Ich bin alle da hinten. Mir geht es jetzt eher um den, der hier wieder kommt. Wo geht es denn hier rum dann irgendwie? Hier hinten rum. Ich habe keine Ahnung. Klingt sehr nah. Ich hab's. Schnell. Genau. Tier warten. Meinst du nicht, ich kann noch? Guck mal. Schst! Jetzt stöhntst du denn? Heilige Mutter! Los, 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 los. Scheiß auf Samenbestücke. Da wird doch jetzt keiner hinter stehen, oder? Oh Gott, ich bin einfach reinkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm. Ja, ja. Ja, ja, Mami, danke. Oh Gott. Hier ist einer. Ich weiß. Der hat eine Granate. Oh Gott, der hat vor allem Licht. Der hat eine Granate? Der hat eine Granate. Und du Scheiße, das kann ich doch nicht so was. Du konntest das immer, ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie es war. Wenn der singt, ansonsten geht's nicht. Sonst hören die mal das Klickgeräusch. Das haben wir ja inzwischen rausbekommen. Ja, ja, und dann ganz nah ran und dann, aber ich weiß nicht wie. Bleibt er da jetzt stehen auf Ebene? Weiß ich nicht. Er wird gleich rausfinden. Ist hier zwischen den Bänken Schatten? Weiß ich auch nicht. Und selbst wenn, der hat ja die Lampe. Wir müssen es irgendwie mit der Granate erledigen. Oh ja, jetzt. Nee, toll. Wocht ihr denn jetzt? Er hat sich umgedreht! Du kannst über die Bänke springen, Leber. Geh ein Stück weiter in den Schatten, sonst leuchtet der dich aus. Was für eine Scheiße hier. Nee, du könntest hier hinter, weil da eine Kiste steht. Also wenn, aber jetzt hat der sich umgedreht. So ein Mist! Ob der sich nochmal zurückdreht? Dreh dich oben! Hier pfeifen, dahin verschwinden. Aber erst wenn er wieder dahinten ist. Ja, verstehe schon. Dass die in Bewegung kommen, weißt du? Schnapp es dir jetzt gut. Ja. Pfeifen ist P, ne? Leertaste? P? Pfeifen. Weißt du doch was? Ja! Ah, da kommt auch nur er! Du musst noch aufpassen mit dem Licht. Was ist denn hier jetzt hin? Ah ja, er hängt jetzt an der Kiste. Witz da auch, war schön. Na gut, an der... Ach, hoch! Oh, also das war ja... Das war ja schick! Also, voller Illa. So, das gucken wir uns... Ach, jetzt ist aber auch günstig. Vielleicht kommen wir da irgendwie... Ja, nee, aber das Licht dazwischen. Wenn, dann hätte er mit Brücken zu uns stehen müssen. Wir gucken uns das in der nächsten Folge nochmal an. Ja. Bis dann! Jangan lupa Argentina. Pfeifen. Hahaha! Also, wir gucken uns das... Wir gucken uns mal.